Okay, weiter geht es mit der Wikinger-Kampagne. Äh, Xiaomi, sehe ich gerade. Wie lange ging es bis noch weiter? Es ging, glaube ich, bis halb eins um den Dreh. Es waren, glaube ich, etwas über vier Stunden am Ende. Wir hatten am Ende irgendwie 25 oder 27 Schäfeminen gebaut. Ähm, ich sehe auch gerade durch die ganzen Subs, die gestern verschleckt wurden, haben wir die 15 Subs das erste Mal erreicht. Das heißt, ich müsste sogar noch einen zusätzlichen Emote-Slot haben. Da muss ich mal schauen, womit ich den fülle. So, wir sollen Katapult-Werkstätten zerstören und Kasernen. Okay, es sind zwei Gegner, wir müssen uns mit beiden anlegen. Dezimieren Sie die erste Truppe, bevor Sie die zweite Truppe zerstören. Wenn das die erste Truppe ist, dann habe ich wahrscheinlich keine andere Wahl, außer ich gehe mit Fähren rüber. Der neue Emote soll bitte eine Schäfemine sein. Das könnte man vielleicht sogar machen. Äh, dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Wir starten auf jeden Fall mit Level 3, sollte hatten. Das war eine Menge. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. So, das hier sieht aus, als wäre es ein guter Ort für eine, ähm, Holzproduktion. So, bitte, jemand muss mitzählen mit den Schwefelminen. Okay, hier haben wir schon wieder, wieder jede Menge, ähm, Rehe. Haben wir Geologen, drei Stück. Dann machen wir mal noch ein paar mehr. Wir haben auch erstmal genug Dinger, das heißt, wir machen Pioniere. Frage ist, wer, gegen wen kämpfen wir? Sind es Römer oder sind es Trojaner oder keine Ahnung? So, pass auf. Welchen Turm nehmen wir schon mal? Oder? Sollen wir hier hinten verteidigen? Unter Umständen wollen wir vielleicht hier hinten verteidigen. Auf jeden Fall reißen wir mal kurz ein paar Türme ab. Der Timing war gut, ich habe gerade eine Pizzer geholt. Jetzt fängst du an zu streamen. Tja. Ich weiß Dinge. Ich muss jetzt auch mal gucken, wie ich jetzt die nächsten Tage mache, weil doch jetzt mit Siedler wieder einiges dazwischen kommt. Also, wenn ich hier heute das so schaffe, dann habe ich die Wikinger-Kampagne komplett. Das heißt, ich kann vier Missionsguides mit meinem Tempo raushauen. Oh je. Wieder Geologen-Earrape. Ansonsten, je nachdem, unter Umständen streame ich Sonntag wieder. Da würde ich aber wahrscheinlich dann entweder Dark Souls oder Minecraft oder irgendwas anderes nehmen. Ich muss gucken, wie ich es am Dienstag schaffe, weil ich da auch noch einen Termin habe. Und, ähm, als das nächste wäre nämlich dann das, äh, Drei-Völker-Long-Play. Und für das möchte ich, ähm, mehr Zeit einplanen. Du hast rausgefunden, dass du mein Diskurs über die Überwachungskamera so ein Zimmer nutzen kannst. What? Wie bitte? Ich weiß, dass dein Discord-Server wild ist, aber das? So, helft mal hier mit. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Sägewerk. Wir setzen das mal eins. Wow, hier ist sogar Platz für, ähm, für Schwefelminen. So, einen Turm setzen wir mal nach hier. Und da drüben ist ein Fluss, also wollen wir da unsere Nahrungsproduktion haben. Ich muss meinen, äh, Nutzdosen erst mal wieder sparen. Ja. Warte, doch baut es ruhig zu Ende. Aber die müssen erst mal noch nicht arbeiten. So, transportiert bitte auch schon mal die Sachen dahin. Dann können wir doch hier noch eins hinsetzen. Gold-Technisch sieht es noch eher mau aus. Wo sind die Schwefelminen? Kommen noch. Lass mich doch erst mal bitte normal aufbauen. Und es muss jemand mitzählen, ne? Ich sehe jetzt einen Moment im Geat. Okay, das ist natürlich jetzt, äh, richtig blöd. Und dann machen wir doch mittlere Häuser. So, setzen wir jetzt die, äh, die hier zurück. Beziehungsweise, ihr könnt hier oben mal freiräumen. Hey, ihr habt immerhin gestern zwei Worts geschaffen, die ich entsprechend benennen konnte. Stein. Wo ist Gold? Da ist noch ein Gebirge. Da ist noch ein Gebirge. Ihr geht mal darüber, in dem Fall haben wir genug Platz, wo wir Schäfe Mienen bauen können. So, bitte auch schon mal hintragen, weil bis der Sägewerker da ist, das dauert noch einen Moment. So, gibt es uns irgendwas, was uns fehlt an Werkzeugen? Im Moment, eigentlich nicht. Also, T-Walk, willkommen zum Stream. Ja, wir sind gestern ein bisschen ausgerastet mit den Schäfe Mienen. Und jetzt hat der Chat einfach kollektiv kein Nutzlosium mehr. Ich habe ja auch öfters angegriffen. Ja, aber Blau hatte keine Priester mehr irgendwann. Und wir hatten dann halt die... Wenn du die Soldatenmenge hast, war das auch nicht schlimm, wenn dann Grün mal ein paar Converts reingeschmissen hat. Chat hat keinen Nutzlosium mehr. Ich muss ja wohl bitten, der ist doch so. Aber da soll noch mal jemand sagen, Siedler könne nicht schwer sein. Ach, wo ist hier Gold? Hier ist Gold. Die vegane Challenge kommt als extra Stream. Ja. Allerdings dann ohne Nutzlosium. Ich bin nicht komplett lebensmüde. Ebenso beim Longplay. Also, da muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Aber dann habt ihr die Gelegenheit, euer Nutzlosium für die normalen Streams wieder aufzubauen. Hier ist auch noch Gold. Okay, wir brauchen noch eine Säge. Dann machen wir noch ein paar Exle dazu. Noch ein Einlager für Werkzeuge. So, mag mal jemand den Bogen aufheben und Jäger werden? Obwohl, wir haben schon einen Jäger. Sehr gut. Okay. So, langsam haben wir alles, was wir umfinden wollten. Eine Steinmine wäre aber auch gut. Ist hier Fisch? Ist hier Fisch? Da sehe ich Fische, aber es ist nicht, auch nicht so viel. Gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Oh, da ist Fisch. Das ist nur 7 Zuflauer. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dass wir auch schön Platz für Baustelle haben. So, ihr helft mal da. Ist so viel wild. Warte, Pump, so ist Numbers ab, so ist er Brokkie Numbers. Ja, was ist Siedler-Content? Das wird nicht mehr. Das sieht doch immer noch mau aus mit einer Burg. So, ich hoffe, ich habe noch mal ausprobiert. So, ich habe noch mal ausprobiert. So, jetzt können die langsamer anfangen zu arbeiten. Nein, kein Marktplatz. Ach ja, Creative, ich habe übrigens heute den Fix vorbereitet für die Level-2-Soldaten beim Dunkeln-Volk und habe es auch schon abgeschickt. Es wird also hoffentlich bald in Septuars United drin sein. Äh, wenn der Mann schon die nicht so Sprünge machen würde. Das ist ungewohnt unruhig, ja jetzt wo niemand Nutzlosium hat, um Schwefelminen zu spammen. Okay. 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 So, dann haben wir noch ein Lager und gleich noch eine zweite Kaserne. Weil wir, wie wir gestern wieder festgestellt haben, die Wikingerkasernen sind ja irgendwie sehr lahm. Okay. 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 Ich will jetzt nur ruhig, weil ich gar mit Nahrungsaufnahmen schaffe, die ich weniger zu euren Chat machen kann. Okay. Achso. Okay. Also mit Essen muss man nicht ködern, verstehe. Als ob hier immer noch keine Burg geht. Yippie! Also es gibt dank eines Fickses wirklich bald die Kriege der Strichmännchen. Wenn das genutzt wird. Ja. Wenn es genutzt wird. Ja, ich hoffe ich, dass vielleicht doch nochmal sich die Leute, die das machen können, vielleicht nochmal angucken, ob man nicht vielleicht zumindest die L1 Grafik dafür wiederverwenden kann. Ich meine, mit den Animationen geht es ja, aber bei der Grafik selber kann ich halt nichts machen. Was mich angeht, ich spiele nebenbei und ich schreibe das bisher weniger Nachrichten. Gut, ich schaue mir auch selten Streams an und tue nichts anderes. Also. Hier geht wirklich rein gar nichts. Yippie! Yippie! So, da ist der Imke. Vielleicht sollten wir das Strichmännchen als neues Emoji nehmen, aber ich glaube, als Aber ich glaub das wäre... ...Lane. Okay, jetzt sind wir schon wieder hier. Okay. Stell mir so die zukünftigen Competitive-Rot mit dem DV vor. Und dann haben die DV-Spieler immer noch... Ja, ich glaub so wird es leider nicht. Oh, da kommen die ersten Gegner. Na? Aber ich seh keinen Priester. Doch, da. Da sind zwei. Okay. Und dann muss ich jetzt auch produzieren. Weil wenigstens kriegen wir die... ...die Siedler zurück. Und die Waffen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Siedler. Weil wir haben ja mal festgestellt gestern, dass... ...wir richtig viel an... ...Siedlern brauchen. Ich glaub da waren nur wie 300 das Mindestmaß, damit die Siedlung überhaupt lief. Und... ...erst danach wurden überhaupt Soldaten produziert. Nein, ich... ...wenn ich Emotes bei meinem eigenen Twitch-Kanal hinzufügen... ...mich selbst abonnieren. Diese Emotes dann bei dir benutzen. Deine eigenen Emotes kannst du überall nutzen. Ich ahne schon, was du vorhast. So, wir sollten einen Goldüberschuss haben. Einfach aus dem Grund... ...dass uns die Trojaner ja gerne mal unsere Soldaten wegzaubern. Wie füge ich welche hinzu? Das musst du in den Einstellungen von Twitch gucken. So, man sieht übrigens bei den Blumen... ...die Bienen arbeiten einfach komplett ohne Pause durch. Der nimmt jetzt raus und dann haben die direkt... ... ihren Bienenflug. Und normalerweise hätten die dann halt ne Pause. So, ich glaub 45 Sekunden oder so. Ich mach halt nur keinen Unterschied, weil die ganzen... ...Bienenkörper halt alle parallel laufen. Yippee! Yippee! Ich will einen Goldüberschuss haben. Ich will einen Goldüberschuss haben. Püriere alles, was du isst, dann kannst du mit einem Strohhalm essen. Hast du während der Nahrungsaufnahme beide Hände frei. Äh, ähm... Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Sehe ich aus, als hätte ich einen Pürierstab. Das haben wir uns tatsächlich, glaub ich, letztes Jahr... ...oder vorletztes Jahr? Ne. Yippee! Irgendwann nach der Flut haben wir uns das, äh... ... haben wir uns einen Pürierstab schenken lassen. Ich weiß nicht, wie wir was... Ich weiß nicht mehr, für was wir den Pürierstab brauchten. Ich weiß nur, dass wir uns einen von den... ... Nachbarn ausleihen mussten. Ich den hätte mich jetzt bereits so machen. Oh. Ich weiß nicht, über wen das mir aussagt. Es ist bestimmt effizient, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es lecker ist. Wir bräuchten mal ein paar Spitzhacken. Ich kann ja jetzt wieder die Nachrichten anschalten, jetzt wo wir nicht mehr... ...20 Schwefelminen haben, die alle sich beschweren, dass sie keine Sachen mehr finden. So, wir sorgen mal für einen Überschuss... ...an Brot. ...und dann bauen wir eine Schweinezucht. Und dann bauen wir eine Schweinezucht. Magensondelift. Was ist mit dem Chat schon wieder? Was ist mit dem Chat? So. 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 I mean, wir sind ein paar Teile. So. 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 So, hier nur Gold. Langsam fangen auch mal die Sägewerke an, durchzuarbeiten. Wie schnell der sich durch das Fleisch ist. Ich überlege mir jetzt gerade, ob es auch lustig wäre, ein Gegendstück zur veganen Challenge zu machen, wo wir nur Fleisch essen dürfen. Das heißt dann aber leider auch in der Praxis kein Mana. So, Mana-Produktion läuft, wir bräuchten vielleicht mal so ein Tempel. Aber wir haben Siedler-Mangel, weil das kommt alles nicht an. ID.O.S.Travel kommt auf Stream. Wer findet keine Bäume mehr? Du. Du findest auch keine Bäume mehr. Hi, Animan. Okay, das Schlimmste beider Welten. Römer und Trojaner. Aber der hat keine Priester dabei, oder? Ich sehe gerade keine. Ich sehe gerade den zufrieden, aber ich habe so an, ich bin mit Schwestern gebraut. Ich habe glaube ich am Ende irgendwie 27 Stück. Ah, wir bauen gerade ein Dapsalett. So, hier steht langsam alles. Aber wir haben nicht genug Siedler zum Besetzen. Löst das hier mal gerade auf. So, hier haben wir keinen Mangel an Eisen. Okay, 50 neue Siedler, das ist schon mal gut. Yippie! 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 Wir machen mal ein paar Vorräte. Einfach, weil wir es können. Untertitelung. BR 2018 Das ist übrigens auch so ein Scam. Der Aussichtturm funktioniert, ohne dass ein Siedler drin ist. So, wir haben noch keinen Mangel an Eisen, ob wir das bei der Vegan-Challenge immer noch sagen. Das Problem bei der Vegan-Challenge wird ja nicht mal sein, dass wir kein Fleisch machen können, aber sondern auch, dass wir kein Fisch als Trash-Food benutzen können. Fleisch in S3 oder auch in S4 ist eigentlich total billo. Also in S4 vor allem. Weil Eisen halt in S4 so abgewertet ist. Also ich sag wirklich inzwischen, in S3 war es okay, aber in S4 hätte man eigentlich Fisch und Fleisch als Lieblingsmachung tauschen müssen, dass du Fleisch für Gold brauchst. Also ich sage, dass du Fleisch in S4 warst, dass du Fleisch in S4 warst. So, einmal mit. Wir lagern einfach mal alles ein. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Gold. Und mehr Kohle. Also, ich vernachlässige die ganze Zeit meine Kohle-Minen. Das ist übrigens meine Minen oft nur mit Fisch. Das ist mir jetzt auch nicht Brot zu machen. Das erklärt eine Menge. Oh, ich sehe jetzt erst den Bauern bei den Getreidefarmen. Jawohl. Ich setze ihn hier an den Fluss. Und dann machen wir vielleicht auch daneben einen Teich. Oder einen Park des Friedens. Das ist übrigens auch so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Die Zierobjekte haben im Englischen alle eine eigene Beschreibung. Und im Deutschen nicht. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich die Beschreibung... Vielleicht sollte ich mal die Beschreibung durchgehen. Also die Englischen und dann übersetzen und dann... ...der deutschen Fassung zur Verfügung stellen. Warum steht hier echt immer noch, dass ihr... ...ja, doppelt in die Berechnung eingeht? Aber das hier ist richtig, dass es 60 Siedler sind. Also das Zierobjekte-Menü, da stimmt noch was nicht. Die haben halt alle den gleichen Text. Das ist halt voll lame. So, wir breiten uns einfach mal weiter nach unten aus. Aber da ist doch nichts passiert. Habe ich das in den... Habe ich das dir geschickt? Das Finis und Ferb... Also was war die Rolle von Finis und Ferb beim Tiananmen-Platz? Das Video war so weird. Dann habe ich das wahrscheinlich auch nicht in den Discord gepostet, oder? Wenn es... Also, creative, habe ich es dir geschickt? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Mir ist das Video geschickt, wenn ich das jetzt was denke. Okay, ja, dann... Dann habe ich gerade... Ihr habt doch leider alle die gleiche Farbe im Chat. Ich kann mir mal erklären, woran das liegt. Weil ich glaube, es kann sogar sein, dass ihr im Overlay alle unterschiedliche Farben habt. Ich weiß nicht, ob die Farben immer übereinstimmen mit dem, was ihr... Weil doch, wenn ich das jetzt zuklocke... Das, was ich links sehe, sieht so aus, als hättet ihr alle die gleiche... Die sind alle Fanboys und müssen rosa Namen haben. Also ich versuche... Habe immer versucht, den Kids beizubringen, dass es keine Mädchen und jungen Farben gibt. Aber gut. Oh, jetzt greifen sie zusammen an. Jetzt bin ich aber gespannt. Aber grün schickt auch nur Schwertkämpfer. Okay, da kommen zwei Bogenschützen und einen Hauptmann. Okay, die ganzen Bogenschütze... Die sind halt nicht koordiniert. Also du siehst bei mir blau aus. Es gibt nur Farben von 0, 0, 0, 0 bis F, 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 F. Das sind hier auch viel zu wenig. Also 16 Millionen Farben, das ist doch... Wie soll man sich denn da auch entscheiden? Das ist doch alles blöd. Komm, tötet mal bitte jetzt die Schwertkämpfer, die hier bei dem Dude stehen. Okay, der wollte schon gerade zaubern. Und ihr marschiert schon wieder zurück. Warum mehr Gold? Jetzt ist es schon wieder das Golderz, was fehlt. Wieso fehlt Gold? Und da ist Gold. Wieso transportiert ihr es nicht? Ganze bei den Scherzkämpfer nicht mit Schärfe verzaubern. Ja, aber es bringt nicht so wirklich viel, wenn der Gegner dann Friedenstiften einsetzt. Also die Wikinger-Zauber sind hier leider nicht so geil. Am ehesten noch Angst, dass die halt selber nicht wirklich gut kämpfen. Und da ist es nicht so geil, wenn der Scherzkämpfer nicht mit Scherzkämpfer ist. So, pass auf, du findest keine Bäume mehr, du findest keine Bäume mehr, du kannst hier mal ein bisschen für Ordnung sorgen, dann kann das da weg. Ich glaube langsam brauchen wir mal ein paar größere Bautrupps. So, du findest nichts mehr. Okay, was ist da unten? Können wir irgendwo eine Werft bauen? Ja, würde es gehen. Ich glaube, wenn wir die Katapultwerkstät, wenn die sich an der Küste befinden, wenn wir die aufspüren könnten, dann würde das helfen. Dann könnten wir die mit einem Priester zerstören. Thor's Hammer hat ja jetzt sogar mal einen annehmbaren Preis. Yippee! Komm schon, wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Oh, was ist denn das? Was geht ihr denn jetzt für Umwege? Grün nach wie vor ohne Priester. Ich glaube, wir haben wirklich gar keine. Ähm... Okay, die wollen unbedingt den Turm hier haben. Ich glaube, wir müssen den Turm hier aufbauen. Yippee! 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 Ganz ehrlich, es wäre echt gut für manche Warenketten oder auch für die Zielobjekte, so ein Button zu haben, dass du halt die Setweise bauen kannst. Also jedes Mal, dass du einfach nur klickst und dann hast du direkt das nächste Gebäude ausgewählt und kannst dafür einen Platz suchen. Aber beim Zielobjekten ist das halt jedes Mal nochmal ein extra Klick und dann das zwölfmal machen musst. Potenziell noch öfter. Wollen wir das mit deinem alter Song aufbauen? Wir haben eventuell wieder neue Aufnussung gehabt. Der Song ist ja nicht mal meiner. Ich habe das Musikvideo zusammengeschnitten. Aber das ist halt auch ein Witz, den kann ich auch niemandem erklären. Ich bin ja selber bei Warframe nicht mehr drin. Zählt eine Spitzsacke. Soll ich mir vielleicht schon mal vorsorgen. Okay, ich nehme mal an, das ist die Straße, die man lang expandieren soll. Dann setzt bei meinen Nebs immer die offensive Kampffkraft auf 90. Ich kann es auch absolut nicht leiden, dass man noch feindlich mit stärker ist als auf seinem eigenen. Ja gut, aber du willst den Spieler ja dazu kriegen, dass er nicht die ganze Zeit sich einbrunkert. Also irgendwann muss der Angreifer halten und Vorteil haben. Aber solange Türme kein Hindernis sind, werden auch Kriegsmaschinen nicht so wirklich so ein Ding. Hey, in Siedler 3 ist die defensive Kampfkraft gar nicht mit skaliert und die Offensive ging theoretisch ein bisschen unendlicher. Ich hätte auch ehrlich gesagt gerne das unendliche Scaling zurück, aber halt mit defensiv, die so ein bisschen mit skaliert. und dann kann man immer noch Ausnahmen für einzelne Völker machen. Also bei den Trojanern fände ich es voll legitim, wenn sie es irgendwie durch Forschung oder durch ein Monument oder so was sie bauen, dass sie dann halt auch die defensive Kampfkraft mit Skalieren lassen und vielleicht in der Verteidigung noch ein paar Boni kriegen. Aber dafür dann vielleicht auch ein Volk wie die Wikinger vielleicht noch etwas, was ihnen noch mehr im Angriff hilft. Mich nervt das, wenn extrem die Offensive viel stärker ist als die Defensive. Das Problem ist, wenn du halt im Late Game der Angreifer keinen Vorteil hat, dann endet das Spiel nie. Außer du hast halt wirklich sowas wie Wundersieg. Und mit einem Wundersieg ist es schon wichtig, einfach damit defensivere Völker überhaupt eine Siegbedingungen haben, die sie verfolgen können. Aber es sollte halt nicht der einzige Weg sein, wie ein Spiel überhaupt enden kann. Ich glaube, das ist ein Spiel. Ich glaube, das ist ein Spiel. Ich glaube, das ist ein Spiel zu geben. Hallo, Grün. Ich darf davon gewusst, hätte ich diese Beschreibungstexte auch erwähnen müssen. So komisch sind die Trojane im Englischen und Französischen die einzigen, die den Text wie im Deutschen bei allen Ziehobjekten haben. Stimmt, die Trojane hatten, glaube ich, oder? Hatten die Trojane bei allen einen eigenen Text? Ich verstehe echt nicht, was da gelaufen ist. Heistalker, willkommen zum Stream. Manche Dinge muss man nicht verstehen. So, wir haben eine Fähre. Wir haben aber leider noch nicht allzu viel Mana. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Das Traurige ist halt leider, wahrscheinlich ist das Zerstören der Sachen nicht die Niederlage, also ich glaube, das ist nicht die Niederlagebedingung für den Gegner. Das heißt, wir können Grün auf die Weise halt nicht außer Gefecht setzen. Im Französischen, äh, Transitionismus, der Name von Kukyra als einzige ist verständlich. Ja, ich weiß auch nicht, was sich bei dem Namen gedacht wurde. Aber bei dem Charakter wurde sich sehr wenig gedacht im Allgemeinen, wenn man bedenkt, dass ihre Charakterisierung in Siedler 3 auch komplett unterschiedlich ist in dem von Siedler 4. Weil in Siedler 4 wurde sie fast gar nicht charakterisiert. So, noch ein paar Zieris. Wo kann man da nochmal welche hinballern? Im Westen direkt zwei Sets. Nein. Das reicht jetzt aber mit dem Waffen. Glaubst du, dass das Storyboard bei Siedler etwas größer war als ein Stück Knotepapier? Leider nicht. Ich meine, es hat so ein bisschen die Vibes von so einem Asterix-Comic und so, finde ich. Gerade in Siedler 3. Aber so viel Gedanken hat man sich dann doch nicht gemacht. Ja, es ist halt das Ding. Kukyra hat halt in S3 halt irgendwie so eine Rolle. Es ist die, die die ganze Zeit die anderen Götter am Dissen ist. Und in S4 spricht sie, glaube ich... Sie spricht einmal in S4. Am Ende vom Hauptspiel. Und dann lässt das Trojaner-Add-On sie halt aussehen wie so eine... Ja, wie heißt es? So, als würde sie richtig nach Morbus schmachten. Und so ein bisschen wie so Stockholm-Syndrom-mäßig. Und wenn man den Comic gelesen hat, weiß man halt, dass die zwei sich eigentlich... Also, dass sie eigentlich keinen Grund hat, ihn zu mögen. Auch noch eine Axt. Sieht es nahrungstechnisch aus. Okay, ich würde sagen, gern genug. Ich verstehe die Siedler 3-Story bis heute nicht. Was gibt es da nicht zu verstehen? Ich werde mal ja auch in den Cutszenen, wo sie ständig genervt sind. Die Cutszenen sind auch so ein Ding. Der Comic hat ja noch den Siedler 3-Stil mit den alten Designs. Ich habe das Gefühl, die haben sich bei Blue White irgendwann gedacht... Ich habe gedacht, hier, 3D-Animationen, 3D-Zwischensequenzen sind gerade voll hip. Aber dann haben sie auch einfach die ganzen Designs aus dem Fenster geworfen. Ich meine, gut, sie brauchten nicht gut. Morbus mussten sie sowieso. Das war egal. Morbus sah nicht wirklich anders aus. Aber Concurra haben sie einfach irgendwie komplett neu designt. Ihn sieht man ja nicht, also das ist okay. Vielleicht steht sie einfach drauf, Morbus leidend zu sehen. Ja, ich habe es ja selber tatsächlich in der 5-Storyline dann so interpretiert, dass sie den Befehl hatte, ihn zu befreien, um praktisch so die nächste Phase seiner Strafe einzuläuten, bzw. seiner Erläuterung. Okay, langsam kommt Bewegung rein. Was ist denn hier los? Wenn sie jetzt noch koordiniert angreifen würden, dann wäre es ja fast gefährlich. Ich hab ihn schon mal già us. Ich hab ihn lieben! Ich hab ihn lieben! Ich hab ihn lieben! Ich hab ihn lieben! Finde ich übrigens interessant, man sieht nur beim L2 Rucksack-Katapultisten, dass der tatsächlich zwei kleine Katapulte, also sein Katapult ist so irgendwie zweigeteilt. Der hat expandiert in unsere Richtung. Ich habe das Gefühl, grün macht nichts. Grün produziert keinen einzigen Soldaten. Das heißt, die Angriffe werden zwangsläufig schwächer. Gibt es einen Weg, mit SU im Siedlern hier im Multimeter zu spielen, ohne Discord zu sitzen? Nein, Discord wird genutzt, um euch zuzuordnen. Was wollen immer alle das dann ohne Discord machen? Beziehungsweise lassen es daran scheitern, das verstehe ich nicht. Spannende Musik Beziehungsweise machen dort auch auf den Korbosan. Warten flasso und ab swoim入ren? Warten! Spannende Musik Beziehungsweise machen dort einen Kabel in der Schweiz. Buhige Musik Buhige Musik Lösungen Lass einfach mit meinem Ablager Buhige Musik Buhige Musik Auch bei Musik Moment, wir können aber blau zurückdrängen, ohne ihn zu triggern, indem wir einfach mit dem Hammerzauber immer seine Türme zu zerstören. Das sollte gehen. Wenn wir die zerstören mit dem Hammerzauber, dann werden sie ja nicht getriggert. Weil dann waren es ja nicht wir, sondern dann war das Tor höchstpersönlich. Ja, sorry, aber der Job von den Zettlers und Hatteläuten ist schwer genug, ohne dass man auch noch alle möglichen Softwarelösungen vermeidet. Okay, also ich glaube, hier können wir nichts reißen. Yippie! Ja, kann ich verstehen, dass man bei Firmen wie Tencent vorsichtig ist, aber auf der anderen Seite, sorry, dann muss aber auch jemand eine Alternative programmieren für Zettlers United, die die gleichen Voraussetzungen erfüllen kann. Und sobald das gefordert ist, sind alle ruhig. Zettlers United Open Source hört sich nicht schwierig an Based. Open Source nicht, aber du kannst dich gerne mit den Leuten in Verbindung setzen. Könnt ihr mal von dem Turm weggehen, bitte? Ich will ihn, ich will ihn einreißen. Können sich irgendwelche Zauber einsetzen, nur damit der mich in Ruhe lässt. Ich bin, wie gesagt, langsam auch ein bisschen durch mit den Leuten, einfach weil wir wollen ihn behalten, was. Ich bin dann einfach ein bisschen durch damit, weil auch dann fangen die Leute an, vor allem an, paranoid zu werden, wegen so Sachen wie Wireguard, ohne die Sittler 3 halt nicht funktioniert, weil Sittler 3 halt über den LAN-Modus läuft, den du halt auch irgendwie dann emulieren musst. Und dann fangen die Leute auf einmal an, paranoid zu werden, wegen einem ganz normalen Windows-Dienst. Okay, jetzt ist es auf einmal zu wenig Wasser. Was soll das? Warum ist das nicht Open Source? Ich weiß tatsächlich die genauen Hintergründe nicht mehr. Ich weiß aber, dass Vorkehrungen getroffen sind, damit im Notfall halt auch andere Leute das Projekt fortsetzen können. Wireguard ist halt manchmal schreckend wegen der Fair-Meldung. Ja, da muss ich dazu sagen, ist Settlers United manchmal auch ein bisschen schwierig, weil es halt manche Sachen einfach auch nicht wirklich klar kommuniziert. Nein, nicht nachlaufen, bitte. Private GitLab-Instanz mit Inwrites. Ich weiß nicht, wie es die Leute will, die dazugehören, das gelöst haben. Es gibt auf jeden Fall einige Leute, die halt im Zweifel das komplette Ding reproduzieren können. Eben damit nicht eine Person irgendwann auf einen Power-Trip geht. Ich weiß nicht, wie es die Leute sieht, wie sieht man es hier? Jetzt leider nicht, ne? Jetzt stehen natürlich meine Saaten im Weg. Kind decision alterniert. Ich weiß nicht, wie es das Ganze Great Advice aber schon, was für Individuen nicht in den letzten Jahren interagieren durfte. Es hatte Gründe, dass die Enhanced Edition auch nicht Open Source war. Was hätte geschehen können, dass bestimmte Personen zum Beispiel hingehen, sich Sachen gieten und es dann als ihres ausgeben? Das ist in gewisser Hinsicht ja auch passiert. Man muss bedenken, gerade im S3-Bereich geht ja auch im Prinzip vieles auf eine Person zurück. Ohne die es S3-Bereich nicht da wäre, wo es jetzt ist oder ohne die es S3-Bereich gar nicht geben würde, weil ohne die Fortschritte im S3-Bereich auch diese Zusammenlegung nicht sinnvoll gewesen wäre. Ja. Ich erinnere mich noch dunkel, dass… da hat man mal jemand geschrieben, der tatsächlich eine Zeit lang da auch sich Gedanken gemacht hat und der hat auch festgestellt, dass Bluebyte damals wo irgendwas benutzt hat, wo nicht klar war, ob sie es hätten benutzen dürfen. Er kriegt es nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, er hat dann auch den ursprünglichen Macher dieses Frameworks oder so informiert, aber was halt nicht klar ist, ist ob Bluebyte nicht vielleicht irgendeine Abmachung mit dieser Gruppe hatte oder mit diesen Leuten hatte. Aber soviel ich weiß, ist eine Source Code-Beöffentlichung normalerweise aber auch ohne so Sachen wie Art Assets. Also selbst mit diesem Source Code könntest du nicht das komplette Spiel kompilieren. Okay, Blau fängt auch an zu schwächeln. Wir haben immer noch zu wenig Kampfkraft. Wir könnten auch langsam wieder ein paar neue Siedler brauchen, auch wenn hier noch ganz viele rumstehen. Ähm, kann ich auf die Baustelle das anwenden? Nein. Okay, auf die Baustelle geht es nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Äh, Creative, ich glaube die Kompilation hat glaube ich das gleiche Problem wie Emulation. Also wenn du ein Programm dekompilierst, kriegst du halt einen Source Code raus, aber nicht zwangsläufig den Source Code. Und wenn sich dann Sachen am Compiler geändert haben oder auch manche Sachen an der Hardware, also zum Beispiel was bei Emulatoren zum Beispiel mit den ganz alten Konsolen oft ein Problem ist. Manche Sounds gibt es nicht im Spiel, sondern die haben die Hardware in einer bestimmten Weise manipuliert, damit die halt bestimmte Sounds erzeugt. Und wenn du halt nicht diese Hardware hast, dann kannst du halt das auch nicht imitieren. Gut, Pink Video war ja überall dabei gefühlt. Ich glaube die gibt es auch noch. Soviel zum Thema Blau schwächelt. Soviel zum Thema Blau schwächelt. Soviel zum Thema Blau schwächelt. Ähm, wieso? Okay, jetzt ist es tatsächlich doch die Waffenschmieden, die der Flaschen halt sind. Durch meine Open-Source-Hardware bräuchte ich den SID-Chip, den CL64 zu nominieren. Ja, da sieht man da doch ein bisschen, was sich die Leute auch alles ausdenken. Soviel zum Thema Blau schwächelt. Okay, jetzt hab ich richtig gemerkt. Okay, dann bin ich dann also. Soviel, derby sagte hier. Soviel, die drastische Bräuchte haben. Soviel. Soviel. Soviel, derweilte. Soviel, derweilte. Dann hast du mit dem Thema Blau, wo ich losgegreste. Soviel, derweilte. Soviel. Soviel zu z черten. Soviel, derweilte. Soviel, das Totöviel. So, da kommt grün. Aber ernsthaft, wieso soll ich die zweite Gruppe als zweites angreifen? Die schwächt sich gerade so schön. Ich glaube, wir sollten die Verteidigungsstellung langsam mal nach unten verlegen. So, da kommt die Verteidigungsstellung. So, da kommt die Verteidigungsstellung. So, da kommt die Verteidigungsstellung. Ja, das ist korrekt. Das ist auch so ein Ding, wo ich inzwischen, also was ich Nintendo richtig übel nehme. Weil Nintendo auf der einen Seite halt die Arroganz hat, für sich zu beanspruchen, seine Spiele sind Kunst. Deshalb gehen die auch nie im Preis runter oder sonst irgendwas. Und kosten halt irgendwie zehn Jahre später immer noch 60 Euro. Aber auf der anderen Seite behandeln sie es halt nicht wie Kunst. Sie stecken nicht die Mühe rein, die Sachen für die Zukunft halt irgendwie zu bewahren. Sie gehen ja eher noch gegen Leute vor, die das tun. Und dann hast du halt noch die Sache, dass sie halt alle Franchises, die nicht Pokémon, Mario oder Zelda sind, halt die meiste Zeit sehr stiefmütterlich bis gar nicht behandeln. Und wenn dann, also was kommt für die All-Stars-Plexion? Also erstmal haben sie jetzt diesen Limited-Scheiß gebracht, der total unnötig war. Dann haben sie 60 Euro für eine glorifizierte Portierung von drei Uralp-Spielen halt investiert. Wo ich dann sage, also entweder ist es Kunst, dann ist es im Sinne von, es ist zeitlos und es muss auch nicht mehr als portiert werden. Aber dann braucht man auch dafür keine 60 Euro zu verlangen. Auch wenn es drei Spiele sind. Oder es ist ihnen so wichtig, dass sie dann auch ruhig hätten die Arbeit investieren können, die sich halt die ganzen Modder schon gemacht haben. Und die am Ende, wo du halt am Ende kostenlos ein besseres Produkt kriegst, als das, was da verkauft wurde. Also geistiges Eigentum, ja, ist schützenswert, aber auf der anderen Seite sollte es halt eigentlich nicht Innovation einschränken. Und letztendlich gibt es halt so viele Franchises und IPs, die halt in der kompletten Entwicklungshölle gelandet sind. Weil die Rechte halt nicht mal mehr bei den ursprünglichen Machern liegen, sondern bei irgendeiner Firma, die halt drauf sitzt, nichts damit macht, aber es auch nicht verkaufen oder lizenzieren will. iRoute, ist das richtig? Willkommen zum Stream. Das ist ein Problem. Das ist ein Patentrecht. Das ist auch so eine Sache. Also zu spüren, es gibt ja kurzzeitig deshalb auch die, hier die, ähm... Ich meine, da soll ja nach deutschem Recht eigentlich alles hin 75 Jahre nach dem Tod des Machers. Ich meine, das ist eine andere Zeit. Aber die Idee ist halt eigentlich, dass halt zumindest der Macher und halt dessen unmittelbaren Nachkommen halt was noch davon haben. Aber ja, keine Ahnung. Also eigentlich müsstest du auch irgendwie, ähm, zum Beispiel, Disney hat ja ganz viel nach amerikanischem Recht gemacht, damit sie halt möglichst lange ihre Sachen behalten können. Ich glaube, Mickey Mouse Redesigns sind auch irgendwie halt in der ersten, die dann dadurch passiert. Ich weiß nicht, ob man aufhört Spiele, die durch Dichtverbrechen und Public Domain wurden. Moment. Aber es dürfte kein... Also Abandonware gibt's ja, aber... Ich weiß jetzt gar nicht, was da drin sein soll. Ähm, aber was ich, äh, meine, es müsste eigentlich noch irgendwie so eine... So ein Kontingenzfall gerade für... Also für bestimmte Medien einfach geben, dass, äh... Diese Fristen gekürzt werden können, wenn damit nichts mehr gemacht wird. Wenn der Siegler ist ja auch ein Paradebeispiel dafür, wie jetzt ein Franchise dem zum Opfer fallen wird. Weil... Ubisoft wird diese, diese Marke nicht verkaufen. Außer es wird halt wirklich aufgelöst. Und dann ist halt die Frage, wo landet das? Ja, so mit EA, also wo EA alles drauf sitzt. Activision. Activision ist der Grund, wieso wir zum Beispiel niemals einen Prototype 3 sehen werden wahrscheinlich. Die haben das Studio irgendwann mal geschlossen. Seitdem sitzen sie auf der IP und machen nichts damit. oder auch bei Filmen. Ich meine, das ist die Amazing Spider-Man. Ich meine, ich fand den Film gut, aber letztendlich ist der gemacht worden, damit Sony nicht die Rechte an Marvel zurückgeben muss. Weil die irgendwie, weil das halt Teil deren, von deren Deal war, das irgendwie überhaupt 10 Jahre oder so. Aber ne, das kommt nicht ganz hin, weil sie, weil sie, weil sie, oder 5 Jahre. Weil Spider-Man 3 kam ja 2007 raus. Und ich glaube, Amazing Spider-Man 2012. Da kommt 10 Jahre ja nicht hin. So, ich glaube, langsam können wir mal in die Offensive gehen. Wir haben jetzt maximale Kampfkraft. Okay. Hat jetzt langsam mal lila ein bisschen was in den grünen. Warum? Ich glaube nicht auf lila. Langsam mal grün mal ein bisschen was produziert, glaube ich. Aber man sieht es halt ganz schlecht. Es geht aber immer nur runter. Also irgendwie, langsam müssten die mal durch sein. Grün hat keine richtige Übung produziert nichts. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Aber Hauptsache, sie haben Zielobjekte reingespampt bekommen, wie sonst was. Aber heute schwächelt ihr sehr mit den Schlepelmielen. Ja, warte. So, wo ich das erlischt, wenn keine Verwertung mehr stattfindet. Also wie du Markenrecht verlierst, wenn du eine Markenkrichtung kriegst. Ja, aber ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen... Das ist ja auch so eine Sache, womit Nintendo gerne mal verteidigt wird. Aber ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen Marken- und Patentrecht und Urheberrecht. Weil das eine musst du unter mich tatsächlich stürzen. Das stimmt. Du hydrierst natürlich jetzt, nachdem ich gerade was getrunken habe. Ja, Creative, das würde aber bedeuten, dass wenn du ein Buch schreibst, ich aus diesem Buch eine Serie machen kann oder einen Film. Und ich bin dir nichts schuldig dafür, dass ich mich im Grunde genommen deiner Ideen bedient habe. Du musst nur angeben, dass der Teil, den du hast, auch von mir ist. Aber ja, aber vielleicht wolltest du ja auch einen Film machen. Und war es einfach langsamer, weil du vielleicht Wert darauf legst, dass der gut ist und nicht das erstbeste. Vielleicht habe ich einen Film gemacht, der nur dem Namen das ist, was dein Buch war. Aber jetzt denken alle, dein Buch ist scheiße. Und dann gehen sie auch nicht in deinen Film und dann habe ich dir einen Schaden zugefügt. Du müsstest damit leben. Ja' perще. Alles Liebe einfach nichts ab. Ich brauche echt mehr Waffen, als ob ich so viel Gold rumliegen habe. Wir kommen vier Waffen, spielen da nicht hinterher. Okay, ich schicke nur die Bogenschützen rein. Okay, ich schicke nur die Bogenschütze. So, weh, ich schicke euch jetzt meine Waffen, Leute. So wie der Hobbit von 1960. Ja, irgendwas war da, das stimmt. Dass da irgendwas richtig schiefgegangen ist und deswegen... Okay, wir haben einen Fatal Error. Das ist nicht gut. Bitte keiner, der jetzt mir die komplette Mission rippt. Zum Glück haben wir ja jetzt Autosave. So, Autosave war vor zwei Minuten. Und der andere Safe war sogar vor fünf Minuten. Oder? Ja. Wart. Hoffen wir, dass das jetzt nichts ist, was irgendwie dauerhaft ist. Ich wüsste nämlich jetzt nicht, was es auslöst. Aber wenn es halt immer wieder passiert, dann gibt es halt irgendeinen festen Auslöser. Irgendwas triggert hier gerade. Die Frage ist, was? Wir ziehen uns aber mal zurück. Bis zum Glück. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, was ist jetzt hier los? Wir gehen erst mal zu Grün. Also irgendwas jetzt an diesem Kampf? Aber was war an diesem Kampf besonders? Hebt den Bogen auf, das ist auch okay. Okay. Das ist ein Schildkult ein, dauert auch etwa 10 Minuten. Ja, ich glaube, du kannst es ja auch knacken hören dann. Safe kaputt. Wäre uncool. Aber jetzt passiert ja gerade nichts. Sag ich wahrscheinlich jetzt und dann wird es gleich abstürzen. Okay, das ist ein Schildkult. Eine Schwefelmine. Juhu. Aber jetzt ist es gerade okay. Warum ist es jetzt okay? Also Fatal Arrows sind manchmal wirklich unergründlich. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Oh. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was bewirkt eigentlich da mit X-Archities? Es hat glaube ich was damit zu tun, wie die Grafikkarte und der Rest eines PCs miteinander kommunizieren. Beziehungsweise ist es glaube ich auch ein Framework dafür, wie... ...klimmste Sachen ablaufen. Musik Musik Ich kann beim Beispiel selber einstellen, welche Version er nimmt. Nein, das Spiel müsste aber ich mal die passende nehmen. Guckt euch diesen Ziehobjekte-Spam an. Da meint es aber jemand sehr gut. Hätten die Leute doch nur schon damals gewusst, dass sie einfach Game Set Fighting Strength 150 machen können. Dann müsste nämlich dieser ganze Ziehobjekte-Spam nicht sein. Also ich lasse die Türme stehen. Falls Claudia erobern will, ist das okay, weil dann zieht das Patrouillen weg. Wichtig ist ja nur, dass wir die Gebäude zerstören. Schildkürt nehmen. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ach, wie viele Hauptmänner stehen hier rum. Andere Sache, die ich noch nie gehabt habe in Minecraft. Ich bin noch nie einem Stray begegnet. Installiert das Spiel sein eigenes. Wenn es deine Version nicht findet, installiert es sein eigenes. Wenn es deine Version nicht findet, installiert es sein eigenes. Wenn es deine Version nicht findet, installiert es sein eigenes. Wenn es akkurat angeordnet ist, das stimmt. Hi Arrow, danke für das Prime-Abo. Nicht für das Abo, das ist ein T1-Abo. Ich bin irgendwie so gewohnt, dass es Prime-Abo sind. Der Wagenbauer ist nicht mal besetzt. Wie lame ist das denn? Meine Decken, willkommen zum Stream. Ich bin gespannt, was gleich passiert. Wenn wir gleich wieder blau angreifen. Ob dann wieder alles ganz schrecklich ist. Stimmt, der hat sogar ein bisschen Holz da liegen. Aber es ist halt trotzdem keine vollwertige Siedlung hier. Das ist halt echt traurig. Es scheinen wohl vier Wagenbauer zu sein. Nee, warte. Der zieht jetzt um, weil der ist auch nicht besetzt. Ah, der hat Holz, Leute. Oh nein, Leute. Okay, der hat mal wieder seine 15 Minuten. Der hat einfach mehr Aussichtstürme als Siedler. Vor allem, warum geht man der KI-Aussichtstürme? Da sind noch Munitionsmanufakturen mit vier Sekten Munitionen. Auf vier Gebäude verteilt. Ach, das ist Marathon Innovationsmanufakturen. Gott,ир, Heidi. Ich bin so gut, dass er ein bisschen LP aufsteigen kann. Die äusschen nicht. We Deus ger Volkswagen liegt aber ent3st. So, die Frage ist, zerstören wir jetzt auch die Munitionsmanufakturen? Ich habe mir gar keinen von den Skripten angeguckt. Wir zerstören auch gerade hier die Türme. So, die da oben aufhören. Ah, jetzt werden wir hier angegriffen. Was Zufall ist? Ich weiß ja nicht. Okay, sie erobern die eine Burg hier. Ich will aber nicht, dass die Axtkämpfer jetzt meine Sachen zerstören. Sage ich und sie tun es trotzdem. In Erkopfschlagst du spät, dass die Abenteuerung Blitz stehen. Zufall ist etwa nicht. Das macht dich eigentlich aus. Ich fiel, dass die Abenteuerung eigentlich anders ein. Das macht mich auch ein, aber es war nicht gere帶icus. Ich bin ein, dass die Abenteuerung selbst in der Abenteuerung prophets ja auch, aber es ist eben nicht so wichtig. Abenteuerung anzulegenzulter und Apenteuerung ist leibes zu sein. Ich bin ein, dass die Abenteuerung selbst nicht in der Abenteuerung mit der Abenteuerung am besten. Wie kann es jetzt sein, dass fünf Waffenschmieden nicht mit der Produktion von acht Goldschmelzen hinterherkommen? In dem Fall stelle ich fest, dass wir auf einmal keine Siedler mehr haben. Okay, das war's. Hier kommt hier hin. Gute Nacht, Charmy. Gute Nacht, Charmy. Gute Nacht, Charmy. Gute Nacht, Charmy. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und auch Bauwetter und Planiere rekrutiert. Das benutzen tatsächlich die viele Spieler nicht, damit sie nicht jedes Mal noch eine Zahl hier oben drauf, also damit sie halt hier mal sehen, wie viele Soldat, Siedler sie tatsächlich haben, dass sie da nicht noch was drauf rechnen müssen. Es ist tatsächlich auch nicht eigentlich, also es hat seinen Zweck irgendwie, aber man kann auch komplett ohne spielen. Weil solange die Siedler gebraucht werden, gehen sie auch nicht in andere Berufe. Okay, jetzt seid ihr hier. Nicht, dass es irgendeine Bedeutung hätte. Okay. 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 das problem mit was mit dem feature aber dann unter umständen hast ist dass du halt zu viele träger einschätzt die dann halt sinnlos rumstehen hier kommt die müssen wir mal abfangen dass die nicht gleich nach oben rennen so langsam zermürben sie truppen aber es ist okay die türme erreichen ja eh nie wieder ihre volle stärke also ein wasserwerken die baut nie mehr als 1 und sie checkt auch nicht ob ob der fluss überhaupt im eigenen gebiet ist das sieht nach waffenschmiede schon mal aus wenn wir jetzt in die series ok hier sind die karte an wenn wir jetzt noch die series loswerden dann haben sie auch gleich keine kampfkraft mehr so 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 Das war's für heute. So, ja, holt euch das ruhig zurück, ist okay. Könnten aber tatsächlich doch ein paar Geschenke, glaube ich, brauchen. Alles klar, gib mir nur Bögen. Wow, zwei Schwerter. Ich bin beeindruckt. Ja, ich finde das dunkle Volk wäre eigentlich so ein Volk, was wirklich mit einer Übermacht immer kommen muss. Aber dessen Soldaten halt einzeln nicht so stark sind wie halt die späteren Soldaten. Aber wie gesagt, ich habe heute tatsächlich den Fix hochgeladen, dass, ähm, ähm, was ist das denn? Dass das dunkle Volk Level 2 und 3 Soldaten kriegen kann durch Beförderung und bzw. per Skript, auch wenn es nur solche Strichmännchen sind. Aber was ist denn hier passiert? Moment, ist das ein HD-Patch-Ding? Nein. Ist kein HD-Patch-Ding. Was ist das? Was ist das? Wir können uns auch nicht angreifen. Ich will jetzt wissen, was es mit dem Ding aufsichert. Äh, man konnte doch... Da, man kann das Minifenster ja auch drauflegen. Ich will jetzt wissen, was es damit aufsichert. So, greifen wir mal einfach mal an. Aber irgendwas leckt hier auch so ein bisschen. Er versteckt sich unter den Bäumen. Einmal zu oft das dunkle Volk. Wollte... Wollte jetzt Volk oder Void schreiben? Das wäre irgendwie beides passend. Okay, jetzt durch die Gewaffen, die jetzt hier reinkamen, ist unser Goldbüscher auch mal ein bisschen untergegangen. Will den Honig haben. Aber ganz ehrlich, was ist der? Was ist das für ein... Wo will er überhaupt hin? Also, das würde ja implizieren, dass es ein Träger ist. Aber wieso hat der Träger keine Textur? Es war ein Träger? Es war ein Träger, aber... Das kann eigentlich nicht sein. Also, das Einzige, was ich mir da vorstellen könnte, aber selbst das würde, glaube ich, nicht diesen Effekt hervorrufen. Weil, soviel ich weiß, gibt es Texturen für die Siedler, wenn sie völkerfremde Waren tragen. Sonst hätte ich gedacht, dass er vielleicht irgendwie, dieser Träger, es geschafft hat. Aber das kann eigentlich nicht sein. Er kann nicht die Ware aufgehoben haben, bevor sie umgewandelt wurde. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und vor allem, das war ja auch kein HD-Patch-Bug. Das hätte ich ja noch irgendwie verstanden, wenn da irgendwas nicht, irgendeine Grafik gefehlt hätte oder so, die vielleicht nicht, sonst nicht gebraucht wird. Oh, die Achskrämper, weg damit. Deswegen ist das Spielzahl abgestürzt. Das könnte sogar gerade sein. Nice. Das war ja auch überhaupt nicht anstrengend. Guckt euch an, wie viel leere Siedlung der hat. Gut, ich meine, einen Teil haben wir... Also, der Teil ist ja umgerührt, aber hier ist ja fast nichts. Und hier, ja, da sind die Förster ein bisschen sehr krass unterwegs gewesen. Und hier sind einfach die ganzen... Das meinte ich vorhin mit den Türmen. Also, das hilft mir eigentlich, weil sie die ganze Zeit hierhin patrouillieren. Und die Truppen dann nicht wissen, wo sie hinwollen. Hier ist nochmal unser Bro. Der ist jetzt gerade über eine Goldmine. Keine Ahnung, was mit dem nicht in Ordnung war. Also, das sind... Mysterien. So, kein FE, kein FE. So.